Herzlich willkommen zu Daisy's Standalone. Heute bin ich wieder alleine. Direkt hier am 1. Trip. Hier links gerade ein Zombie noch erledigt. Und ja, ich bin mal gespannt. Der Server ist jetzt eigentlich relativ voll. Ich warte jetzt noch einen Moment ab, bevor ich gehe. Ihr könnt ja eventuell... Könnten ja Scharfschützen sein. Ich habe es jetzt leider nicht von außen gesehen. Auch wenn es nicht so aussieht. Das heißt aber leider nichts. Wird jemand gegessen? Okay. Hier muss man echt langsam vorrücken, weil man nicht weiß oder schwer einschätzen kann, ob hier jemand ist. Und man will ja auch nicht sterben, aber hier scheint schon jemand gewesen zu sein. Hier sind wir hier... Wow. Jita. Hilf mir. Und man sieht, der See ist leider nicht frei von Jitern. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. War es leider eine kurze Runde. Und ja, falls du Jita auch hast, könnt ihr das mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.